Priore desion oder auch Bruderschaft vom Berg Zion ist der Name verschiedener, teils fiktiver Vereinigungen. Angeblich soll eine Geheimloge dieses Namens während des ersten Kreuzzuges von Gottfried von Bouillon in Jerusalem gegründet worden sein. Berühmtheiten wie Leonardo da Vinci, Isaac Newton und Victor Hugo sollen zu ihren geheimen Mitgliedern gezählt haben. Diese Version basiert auf gefälschten Dokumenten, die der französische Monarchist Pierre Planter den Umlauf brachte, um dem Verein gleichen Namens, den er 1956 in Annemasse im Department Haute Savoy gegründet hatte, eine Vorgeschichte anzudichten. Die Vorstellung von einer solchen Geheimgesellschaft wurde seit der Ende der 1960er Jahre von zahlreichen Autoren und Medien aufgegriffen und um, weiteres Vorstellungsgut aus dem Bereich moderner Esoterik und Verschwörungstheorien angereichert. Sie gilt heute als widerlegt. Die Priore desion von 1956 Die Vereinigung Priore desion wurde von Pierre Plantard offiziell am 7. Mai 1956 durch Hinterlegung der Statuten in St. Julien und Genevois in Hoch Savoyen gegründet. Der Name Sion soll aus einem Ortsnamen der Region Sion-les-Mains oder Montion entlehnt sein, sollte aber wohl von Anfang an auch den biblischen Berg Sion evozieren. Auf den sich bereits in vorausgegangener Zeit Vereinigungen wie die 1843 von Theodora Tisborne gegründete Kongregation der Schwestern unserer, lieben Frau von Sion bezogen hatten. Plantard firmierte bei der Gründung seiner Vereinigung als Generalsekretär. Seine Mitgründer waren André Bonhomme, Jean Delivel und Amen Defago. Die Vereinigung führte den zusätzlichen Titel Chevaleride Institution Sereclis Catholics Union Independente e Traditionaliste mit der Abkürzung CIRCUIT und gab insgesamt zwölf Nummern einer gleichnamigen Zeitschrift heraus. Zu den Zwecken der Vereinigung zählten den Statuten zufolge die gegenseitige Erziehung und Unterstützung ihrer Mitglieder, die Unterstützung der römisch-katholischen Kirche und die Hilfe für Schwache und Unterdrückte. Die Plantard Dossiers Bei den Plantard Dossiers, nach einem ihrer Stücke auch Dossiers Secrets de Henry Lobino genannt, handelt es sich um insgesamt sechs Schriftstücke. Die Plantard in den 1960er Jahren mithilfe des Schriftstellers, Schauspielers und Humoristen Philippe de Chaisi fabrizierte und in den Jahren 1964 bis 1967 als anonyme Schenkungen in der Pariser Nationalbibliothek hinterlegen ließ. Zu diesen Dossiers gehörte auch eine fiktive Genealogie von Nachkommen des merovingischen Königshauses, aus der Plantard auch für sich selbst Anspruch auf den königlichen Thron herleitete. Ferner Stücke zu der schon zuvor unter anderem von Robert Charu verbreiteten Vorstellung von einem mysteriösen Merovingerschatz oder Templerschatz in dem südfranzösischen Dorf Rennes-les-Châteaux. Eines dieser Pergamente wurde von einer Reproduktion des Codex BC kopiert, die in einem Buch von 1895 abgebildet ist. Die Wirkung der Plantard Dossiers Plantard und Cher-Eicy standen in Verbindung mit Schmaradé-Sede, der bereits mit Büchern zu Templern und Katarern bekannt geworden war und unter Berufung auf die Plantard Dossiers seit 1967 mehrere Bücher über. Den Schatz von Rennes-les-Châteaux publizierte. Deren erstes, Le Tresor Maudit de Rennes-les-Châteaux, inspirierte in den 1970er Jahren den britischen Schauspieler und Autor Henry Lincoln zu Büchern und Fernsehdokumentationen über dieses Thema. Gemeinsam mit dem amerikanischen Schriftsteller Richard Lee und dem neuseeländischen Journalisten Michael Bajen veröffentlichte Lincoln 1982 Dekasekunden, Buch der Heilige Gral und seine Erben, das die mythische Genealogie noch um die Vorstellung von der Blutlinie Jesu erweiterte. Danach sollen Jesus von Nazareth und Maria Magdalena verheiratet gewesen sein und leibliche Nachkommen gehabt haben, zu denen auch die Merovinger Könige gehörten und aus deren Name Sangreal die Vorstellung vom Heiligen Gral entstanden sei. Dieses Buch bildete seinerseits eine der Vorlagen für den Roman Sakrileg, und die Parallelen zwischen beiden Büchern wurden zum Anlass eines weltweit beachteten Plagiatsprozesses. Auch Umberto Eco greift in seinem Roman Das Fokusche Pendel den Schatz von Rennes-Les Chateaux auf allerdings auf satirische Weise, die Entlarvung Plantards. Der Journalist Jean-Luc Schaumail, der zum Freundeskreis Plantards gehörte, überwarf sich 1983-84 mit diesem Kreis und brachte anhand von Briefen von Plantard, Chair IC und Sede Interna und Details aus der Entstehungsgeschichte der Dorsiers an die Öffentlichkeit. Plantard versuchte daraufhin, sich neue Glaubwürdigkeit zu verschaffen, indem er eine veränderte Version der Entstehungsgeschichte aufbrachte, wonach die Priöre 1681 in Rennes-Les Chateaux gegründet worden sei. Er stellte außerdem eine neue Liste der Großmeister zusammen, unter die er diesmal auch Roger Patrice Pellard einreite, einen französischen Geschäftsmann und Freund von François Mitterrandt. Nachdem gegen Pellard im Februar 1989 Ermittlungen wegen einer Finanzaffäre aufgenommen worden waren und dieser kurz darauf verstarb, wurde im Verlauf der weiteren Untersuchungen auch Plantard verhört und eine Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt. In den Verhören soll Plantard seine Erfindungen zugegeben und die Existenz einer Loge Priöre Desion verneint haben. Plantard selbst vertrat daraufhin seine Vorstellungen nicht mehr öffentlich, aber in der Literatur und Populärkultur sind sie fester Bestandteil von Verschwörungstheorien, in denen auch die Geständnisse Plantards als Strategie zur Verschleierung der eigentlichen geschichtlichen Wahrheit gedeutet werden.